Irgendeiner will reden kurz, ne? Servus. Ich wollte mit dir kurz reden, dein Gespräch mit dem Dara angeschaut. Ja, Wakanda forever kann ich nur sagen. Ja, ein schlechter Mensch bist, ein rechter bist, rechtsextremer bist, irgendwas. Ich bin eigentlich auch politischer Streamer und ich streame eigentlich hauptsächlich Politik, bin ein Linker. Das heißt, du bist aber auch jetzt ein Kandidat, der sagt, die Lösung ist immer noch innerhalb der Politik so? Es ist wirklich, wir werden wirklich systematisch entfernt von dem, was Sinn macht. Hin zu einem kompletten Unsinn und einer Selbstaufgabe in der Fremdung. Ist so. Geht's mir auch in letzter Zeit psychisch schlecht und ich fühle mich richtig kaputt und habe auch sehr viel Angst. Extrem gestresst, habe Panikattacken und solche Sachen. Ach krass, weil die Natur gibt dir die ganze Zeit, die ist die ganze Zeit da und die Natur gibt uns die ganze Zeit bedingungslose Liebe. Aber wir nehmen das gar nicht mehr richtig wahr so. Dieses Gespräch war sehr wichtig für mich gerade, dankeschön. Geil, Mann. Das habe ich sehr, sehr, sehr gefühlt. Irgendeiner will reden kurz, ne? Jeder muss am Ende das tun, was er amazing findet. Proletopia. Den Namen habe ich schon mal gehört, Bro. Ah, da ist er, glaube ich. Hallo? Hallo? Servus. Hallo, ich grüße dich. Du bist der Proletopia, ne? Oder, glaube ich, heißt du, oder? Richtig, ich bin Proletopia. Ja, genau, aber mein Kanal heißt Proletopia, weil ich habe einen zweiten Kanal. Das ist mein zweites Kanal hier. Ah, okay, ich habe gerade einen falschen in mich reingezogen, kurz. Ja. Da war noch jemand anders im Discord, ganz gut. Kannst du die Kamera anmachen vielleicht? Kamera kann ich leider nicht anmachen, weil ich habe das Problem, dass mir dann der Computer abstürzt. Oh, shit. Aber ich kann dich bei mir einblenden, ja. Okay, aber ich kann dich nicht einblenden, wa? Ja, ich befürchte. Ja, ist halt, wie es ist. Ich habe eh nicht so viel Zeit, Bro. Lass mich einfach so. Ich auch nicht. Ohne Bild. Es ist schon spät bei uns, ja, und ich bin ein bisschen müde. Aber ich wollte mit dir kurz reden. Ja. Ich habe mir gerade dein Gespräch mit dem Dara angeschaut. Ach, krass. Und habe darauf, ja, Wakanda forever, kann ich nur sagen. Ich habe keine Ahnung, wie der darauf gekommen ist am Ende. Kannst du den Gedankengang nachvollziehen, warum der das gesagt hat? Ich weiß nicht, aber ich würde sagen, wegen deiner Hautfarbe, Mann. Das, was du auch vermutet hast. Ja, ne? Ja, das war irgendwie meine erste Vermutung. Warum soll er das sonst sagen? Das ergibt doch keinen Sinn. Ich habe keine Ahnung. Ich habe eh das Gefühl gehabt, so ein bisschen, dass er so ein bisschen überfordert war mit der Situation, manchmal. Und dann vielleicht einfach irgendwas gesagt hat. Ich habe ihm ja gesagt, dass ich ihn liebe. Ich glaube, der war damit überfordert, so weißt du. Ja, aber bei ihm ist das immer so. Der versucht immer irgendwas Lustiges zu sagen und dann sagt er irgendeinen Ultrablödsinn. Ja, 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 ja. Kennst du ihn schon länger, oder was? Ja, 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 ich kenne ihn sehr lang und ich habe früher mit ihm auch schon geredet und ich habe darauf reacted und jetzt hat er auf meine Reaction reacted, auf euer Gespräch. Und ich habe gedacht zuerst, er möchte dich überzeugen. Er möchte dir ja so irgendwie seine Ideologie verkaufen hin und her. Aber es ist jetzt rausgekommen, der wollte dich eigentlich, ja, in eine echte rechte Ecke drücken. Ja. So, du plattformst Rechte, du plattformst Nazis und deswegen möchte er zeigen, wie du, keine Ahnung, so, ja, schlechter Mensch bist, ein rechter bist, rechtsextremer bist, irgendwas. Er wollte dich mit Dreck bewerfen im Endeffekt, ne? Ja, 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 voll, voll, voll. Ich glaube, zwischendurch habe ich kurz gedacht, immer so zwischendurch, okay, vielleicht will der doch einfach ganz normal mit mir reden. Das ist manchmal schwierig rauszufühlen, so, ob die Leute dich einfach nur verarschen wollen oder irgendwie framen wollen oder ob die wirklich ein echtes Gespräch mit dir führen wollen. Leider ist es so, dass ich eigentlich bis jetzt mit jedem, mit dem ich gequatscht habe, der so ein bisschen eher so in die woke Richtung tendiert, immer eigentlich versucht hat, mich irgendwie hinzustellen und nie so, so, und das finde ich so traurig, weißt du, wenn wir uns normal miteinander unterhalten würden und einfach Argumente austauschen würden, ohne zu versuchen, irgendjemanden so dreckig irgendwie in eine Ecke zu drücken oder auf Krampf irgendwas aus dem rauszulocken, wäre das viel geiler, auch für die, weißt du, ich frage mich, warum die nicht einfach normal mit mir reden können oder mit Leuten reden können, die eine andere Meinung haben, aber trotzdem so mit Respekt, weißt du, das ist das, was mir extrem fehlt, so, finde ich. Außer bei Imp, stimmt, Imp war, Imp war cool, ja. Ja, ich glaube, dass das irgendwie bei dem so eine Sache ist, ich weiß es nicht, ich glaube, der sieht sich als Aktivist wahrscheinlich und als solcher möchte er irgendwas beweisen oder ich weiß auch nicht, ich kann es auch nicht erklären. Exposen. Und das ist, ja, genau, genau, so irgendwie zeigen, hey, der ist so und hin und her und, ey, so, ich kann es mir auch nicht erklären, ganz ehrlich. Also, ich weiß es auch nicht, warum der so drauf ist. Schade. Und das machen die aber alles so. Ich hatte ja auch Gespräch mit ihm, ich habe nächste Woche auch ein Gespräch mit ihm. Echt? Und da wird, ja, ja, das, letztes Mal hat er ja mir irgendwie die Prophezeiung gemacht, in sechs Monaten werde ich den Holocaust leugnen und bla bla bla. Und hat versucht auch so üble Scheiße mir anzudichten, aber das ist ihre ganze Bubble. Ich weiß nicht, kennst du so Nathan, der ist auch so drauf? Nee, nee, ich kenne die halt alle gar nicht. Der Caldent kennst du vielleicht? Nee, gar nicht, nee, nee, nee. Ich bin halt echt in der Welt anscheinend nicht so bewandert. Ich komme ja eher so, ich bin ja, früher war ich ja viel so im Deutschrap-Bereich unterwegs und, und, äh, hab mit den Jungs da viel gemacht. Und dann bin ich irgendwann mehr so in die, in die spirituelle Schiene reingegangen, Aufklärungsarbeit, dies, das, bla bla. Aber auf Twitch, ich bin halt auf Twitch, auch ich konsumiere Twitch eigentlich gar nicht. Ich nutze es halt als Plattform zum Streamen so, aber ich konsumiere halt echt wenig. Deswegen kenne ich nur so ein paar Kumpels, die ich so Kianos kenne, oder ein paar Leute von so Mert und so, die auch streamen, weißt du? Von, äh, aus der Rap-Szene und so, aber ich kenne mich echt nicht so aus. Du bist auch jemand eher, der so alternativ unterwegs ist, wa? Hör ich raus. Ähm, ich bin eigentlich auch politischer Streamer und ich streame eigentlich hauptsächlich Politik. Bin ein Linker und, aber nicht so ein Linker, wie Dara einer ist. Ach, krass. Ich bin eher so mehr in Richtung Sarah Wagenknecht, würde man sagen. Also eher locker, chillig und, ja, offen für normale Gespräche und eher nicht so versucht, Leute zu framen und in eine Ecke zu drücken. Geil. Sondern eher wirklich normale Unterhaltung und fertig, ne? Ja. Das heißt, du bist aber auch jetzt ein Kandidat, der sagt, die Lösung ist immer noch innerhalb der Politik so. Weil ich bin so einer zum Beispiel, ich habe das Vertrauen in Politik komplett verloren, 100%. Ich vertraue da nicht mehr rein und ich sehe die Lösung da auch nicht. Aber wie siehst du das? Ich glaube, ehrlich gesagt auch nicht ganz an die Lösung der Politik, aber ich glaube, ohne geht es nicht. Irgendwie muss man es halt schaffen, dass man politisch teilnimmt am Prozess und dass man irgendwie es schafft, eine Partei zu haben oder irgendwas, die auf die Seite von einem kommt. Also im Endeffekt braucht man nur eine Partei, die sich um die Bevölkerung kümmert und nicht halt um das Kapital, nicht um die ganzen reichen Leute, nicht um die Bonzen, sondern die sich eigentlich wirklich um uns normale Leute kümmert. Ja, leichter gesagt als getan halt. Ja, ja, das ist das, was ich anzweifle, ob das überhaupt noch möglich ist im aktuellen System, weißt du? Weil ich merke, dass die Parteien und die Politiker, die vielleicht mal mit der Intention reinkommen, den Menschen zu helfen, dann ganz schnell auch unterwandert werden und dann doch wieder nur Systemlinge sind und Systemsachen unterstützen und dann doch wieder eher die Geldelite unterstützen und der einzelne Bürger dann wieder fallen gelassen wird. Weißt du, ich glaube, es ist halt schwer in diesem aktuellen System überhaupt an Macht zu gewinnen und an politischen Einfluss zu gewinnen, wenn du Menschlichkeit an erste Stelle stellst. Ich glaube, dann wirst du ganz schnell unterwandert oder beseitigt einfach auf eine gewisse Art und Weise, weißt du? Ich glaube, es ist schwer. Absolut. Ja. Absolut, glaube ich auch, ja. Aber was glaubst du, was die Lösung ist? Ich gehe halt zurück zum Einzelnen, weißt du? Ich versuche mich darauf zu konzentrieren, den Leuten zu sagen, dass die bei sich selbst anfangen sollen. Weil ich glaube, wir haben eine Gesellschaft aktuell, die nicht mehr so richtig mit sich selbst in Kontakt ist, gefühlt, sondern sich die ganze Zeit von den Sachen im Außen so steuern lässt, Emotionen beeinflussen lässt und von den ganzen Events, die in der Welt passieren. Und ich habe das Gefühl, es gibt wenige Menschen, die noch wirklich einen guten Kontakt mit sich selbst haben und dann auch, ich bin auch sehr spirituell, ich glaube an Gott. Und ich glaube, dass wenn du eine vernünftige Verbindung mit dir selbst aufbaust und eine Verbindung automatisch dann auch mit dem Höheren, meiner Meinung nach, dann bist du einfach gefestigter als Mensch, weißt du? Und ich glaube, dass wenn wir als Einzelne wieder mehr dahin kommen, dass wir uns selbst versuchen kennenzulernen und da stabil zu sein und zurück in unser Herz kommen, in die Menschlichkeit zurückkommen, dann wird sich automatisch im System und in der Welt auch was verändern, weißt du? Ich glaube, die Macht liegt halt wirklich beim Einzelnen und ich habe das Gefühl, dass viele Menschen die ganze Zeit irgendwie abgelenkt sind durch Social Media, durch Filme, durch Nachrichten, durch die Sachen, die in der Welt passieren und automatisch sich nicht mehr richtig mit sich selbst auseinandersetzen, so. Und das ist der Ursprung von allem Übel, glaube ich. Ich glaube, du kannst eine Gesellschaft nur so extrem steuern und kontrollieren, wenn die nicht selber mit sich gefestigt sind und keine richtige Verbindung mit sich selber haben, so, weißt du? Also, glaube ich, das ist so, die größte Macht, die wir haben, ist, uns selbst zu verändern und da erstmal reinzugehen, bevor wir anfangen, irgendwie über Politik zu diskutieren und zu versuchen, andere zu verändern und irgendwelche Ideologien und dies, das, bla, ist, glaube ich, alles auch nur Teil, der dazu beiträgt, dass wir Menschen uns nicht mit uns selbst beschäftigen. Ja, da hast du definitiv recht, dass man an sich selbst arbeiten muss. Ich glaube aber auch, dass man irgendwann, wenn man, sage ich jetzt, wenn jeder zu sich selbst gefunden hat, sollte man sich schon organisieren und gemeinsam sich für gemeinsame Ziele stark machen oder so. Aber ich gebe dir vollkommen recht, solange man selber so durcheinander ist und kaputt im Kopf und komplett zerstreut, wird man nichts hinbekommen. Was hast du denn für ein Gefühl, glaubst du, hast du das Gefühl, dass viele Menschen mit sich selbst im Reinen sind, wenn du so, wenn du so schaust? Nein, es ist eine Katastrophe. Es ist, niemand ist mit sich selbst im Reinen, es ist einfach ein Irrenhaus. So, und ich glaube, das ist der Ursprung von allen Problemen. Ja, also, naja, die Frage ist, was verursacht das? Ich glaube, der Ursprung ist, was das verursacht, weil ich glaube, dass das kontrolliert verursacht wird. Ja, hundertprozentig bin ich bei dir, hundertprozentig. Aber was ist die Lösung? Die Lösung wäre ja, also die Lösung ist natürlich zum einen auch, den Leuten zu zeigen, dass das verursacht wird, dass die Leute das checken und auch wissen, wer das verursacht. Aber die ultimative Lösung ist ja dann, das nicht mehr mit sich machen zu lassen quasi. Weißt du, und das muss ja jeder für sich entscheiden. Ja. Weißt du, was ich meine? Das ist aber schwierig. Ja, aber es ist irgendwie so schwierig. Die Leute lassen das aber mit sich machen, aus verschiedenen Gründen, sodass der wichtigste Grund ist, weil sie überleben wollen. Im Endeffekt leben wir in einem System, wo du Geld brauchst, um zu existieren. Du brauchst irgendwie so eine Art, wie soll ich sagen, du brauchst so eine Art, Finanzgrundlage, damit du überhaupt bestehen kannst, damit du überhaupt was zu essen hast, damit du ein Zuhause hast und so weiter und so fort. Und dafür musst du dich schon mal verbiegen, dafür musst du dich schon mal unterwerfen, dafür musst du dich schon mal, ja, selbst verlassen, irgendwo hin. Und dann, ja, wird von da an alles schwer. Ja, ja, safe. So für den Menschen. Zu einer gewissen... Weil er spielt mit, er muss mitspielen, so. In Anführungszeichen. Das ist, glaube ich, nur ein Gefühl, das wir müssen. Ich weiß nicht, ob du musst. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, es gibt Varianten. Also ich meine, es ist ja bewiesen, es gibt ja Menschen, die zum Beispiel außerhalb vom System leben. Es gibt ja auch noch Völker in der Natur, die in der Natur leben und selbst anbauen und was auch immer so. Und nicht wirklich darauf angewiesen sind, wie das System funktioniert. Aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Aber ich glaube, selbst da gibt es Unterschiede, weißt du. Ja, wir müssen überleben, wir müssen Dinge erwirtschaften. Aber wenn du eine gute Beziehung mit dir selber hast und wenn du gefestigt bist, dann machst du das, was du wirklich als Berufung fühlst, weil da kommt das Wort Berufung ja her. Da machst du ja das, was du liebst quasi zu deinem Beruf oder versuchst es zumindest und erwirtschaftest so dein Geld. Ist auch nochmal was anderes, wie wenn du irgendwas machst, was du eigentlich hast, weißt du. Ich glaube, da kommst du schon mehr ins Dilemma, wenn die Leute einfach irgendwas tun, um Geld zu verdienen, was sie eigentlich gar nicht mögen. Was gar nicht deren so Passion ist irgendwie, weißt du. Ich glaube, da ist ein Riesenunterschied. Und ich glaube, das ist schon auch eine sehr wichtige Sache, dass wir. Und das ist für mich, ich merke halt alle Sachen so, kommen am Ende des Tages zurück auf deine Beziehung mit dir selber so, weißt du. Weil du gehst, ich zum Beispiel, ich bin studieren gegangen. Ich habe bei BMW gearbeitet und habe dann irgendwann entschieden, dass ich das nicht machen möchte und dass ich was anderes machen möchte, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und ich bin überzeugt davon, dass wenn du bereit bist, dafür dein Leben zu geben und dafür zu sterben, dann wirst du es auch schaffen. Aber dazu musst du halt erstmal wissen, wer du bist, damit du auch weißt, was du willst, weißt du. Ja, klar. Und das wissen die meisten nicht. Ich meine, wenn du schon in die Schule kommst am Anfang, wirst du ja vollkommen Hirn gewaschen. Wirst du ja vollkommen von dem entfernt, was deine Natur ist. Wirst du ja vollkommen von dem entfernt, was eigentlich dein Instinkt ist. Und wirst einfach zurückgelassen als ein höriger Sklave, so sage ich mal. Und dann, ja, erklär mal so einem Menschen, was er eigentlich tun möchte. Weil der ist dann irgendwie dem ausgesetzt. Und du sagst, man kann selber autark werden, selber anbauen, was auch immer. Ja, klar, kann man. Die Frage ist nur, wie. Du musst dir vorstellen, die meisten Leute heute, und ich gehöre dazu leider, ich wüsste nicht, wie man Essen anbaut. Ja, ja, sehr. Also, ich habe dieses Wissen nicht. Ja, ich auch. Und dadurch bin ich schon mal alleine unfähig bis zu einem gewissen Grad. Anders habe ich, wiederum, ich habe nicht genug Geld, um irgendwo Land zu kaufen. Und selbst, wenn ich mir ein Land kaufe, weißt du, es kann immer jemand reicherer kommen und es dir wegnehmen. Es kann jemand kommen und dich vertreiben. Es kann, weiß nicht, es gibt immer irgendwelche Probleme so. Deswegen, ja, aber mich erinnert, was du redest, ein bisschen an Ken Jebsen so. Ja? Den kennst du sicher, oder? Ja, ja, safe, safe. So, mich erinnert das ein bisschen, weil der sagt das auch immer in seinen Interviews so, dass die Revolution fängt im Kopf an und man muss sich selbst befreien und eigentlich muss man bei sich selbst anfangen. Und man muss, ja, das ist halt Erkenntnis, die man gemacht hat. Also, bei mir persönlich und viele Leute, die sich mit sich selbst anfangen, auseinanderzusetzen, reden am Ende des Tages auch von ähnlichen Sachen, weil am Ende des Tages gibt es nur eine Wahrheit, meiner Meinung nach. Und wenn du halt viel erlebt hast, ich hab halt viel erlebt, das ist eigentlich so Erkenntnisse, die ich gemacht hab mit den Jahren einfach, wo ich immer wieder gemerkt hab, egal was passiert ist, der Ursprung für alles, also meine Welt ist im Endeffekt eine Reflexion, meine Welt, die ich sehe, ist eine Reflexion von mir selber so. Weißt du, und ich hab immer gemerkt, wenn ich mich selber verändert hab, dann seh ich die Welt auch wieder anders. Und so bin ich irgendwann auf den Schluss gekommen, dass eigentlich alles bei mir selbst anfängt. Und wenn ich mit mir nicht im Reinen bin und wenn ich mit mir nicht, ja, wenn ich mir selbst nicht in den Spiegel gucken kann und wenn ich mit mir noch irgendwie Dinge aufzulösen hab, dann wird sich das immer reflektieren im Außen. Dann wird sich das immer in der Welt irgendwo reflektieren und ich werd immer wieder dieselben Probleme anziehen, dieselben Sachen werden mich aufregen, ich werd mich von denselben Sachen beeinflussen lassen. Und da hab ich gemerkt, dass das halt so das mächtigste Tool ist oder das krasseste Tool, was wir eigentlich haben, ist, halt uns selbst zu verändern so. Und ich glaub halt wirklich daran, dass wenn wir uns selbst verändern, an diesem Spruch, dass auch ein Einzelner die Welt verändern kann. Weil wenn du dich selbst veränderst, veränderst du automatisch auch deine Sicht auf die Welt, du veränderst, wie andere Leute dich sehen, du sorgst dafür, dass andere Leute sich eventuell auch verändern. Also ich bin halt der Meinung, dass am Ende des Tages der Ursprung für alles in deinem Außen, dein Inneres ist so. Weißt du? Ja, die Frage ist aber, kann sich jeder verändern? Und was verändert so? Weil die Außenwelt verändert uns ja auch. Wir verändern sich ja nicht einfach immer nur selber. Also die Außenwelt hat ja auch Einfluss auf uns. Wenn du dir jetzt so die Gesellschaft anschaust, wie du richtig gesagt hast, die werden halt, ich sag mal, Hirn gewaschen. Durch verschiedene Medien, durch Werbungen, durch Filme, durch Beeinflussung, Musik, was weiß ich. Und die Leute, die Hirn gewaschen werden, die suchen sich das ja auch nicht aus. Das ist ja so eine Beeinflussung von außen, wo sozusagen ihnen diese Selbstverantwortung weggenommen wird, ohne dass sie das überhaupt bemerken. Und die können das dann nicht, weißt du, was ich meine? Die können sich dann nicht befreien. Also sie könnten, theoretisch. Die machen halt nur den richtigen Anstoß oder das richtige Erlebnis oder den richtigen Talk oder das richtige Buch, was denen das bewusst macht. So, weil wir sind auch programmiert. Ich bin ja auch programmiert, weißt du? Ich bin ja auch beeinflusst seit Kindheit an bis heute. Und ich hab's aber auch geschafft, einige Programme, die ich so automatisch auch in mir drin hatte, einfach durch, weiß ich nicht, durch Erziehung, durch Filme, durch Musik, durch die ganzen Sachen. Das programmiert uns ja alle auf eine gewisse Art und Weise, wie du gesagt hast, weißt du? Und dann sind wir halt gefangen in diesem Programm und man denkt, man hat keine Lösung, da rauszukommen. Aber es gab dann einen ausschlaggebenden Grund, wo ich dann angefangen habe, einfach mich mehr damit auseinanderzusetzen, bewusster zu werden als Mensch generell. Und dann fallen dir diese Sachen halt auf, weißt du? Mir ist dann aufgefallen, dass ich gewisse Eigenschaften habe und gewisse Sachen so als selbstverständlich sehe und so als Routine in meinem Leben verankert habe, die mir eigentlich gar nicht gut tun. Und es kam halt nur, weil mein Bewusstsein gesteigert wurde, weil ich einen Aufwachmoment hatte, wo ich gemerkt habe, ey, warte mal kurz. Fang mal an, dich selbst zu hinterfragen, weil du hinterfragst im Außen die ganze Zeit die Politik und die Medien und bla bla bla. Aber du hinterfragst dich selber eigentlich gar nicht, weißt du? Dann habe ich angefangen, mich selber zu hinterfragen und dann merkst du, dann wirst du dir dessen bewusst. Und das ist der erste Schritt, also es ist der erste Schritt Bewusstsein, dir dessen bewusst zu werden. Und das können die Leute halt schaffen, indem sie vielleicht beeinflusst werden oder indem irgendwas passiert im Außen, was die dazu anregt, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und wenn du dir dessen bewusst geworden bist, dann kannst du das auch auflösen, weißt du? Ich habe einige Programme gehabt, die ich früher nie richtig auf dem Schirm hatte, die ich nie hinterfragt habe, wo ich mich nie gefragt habe, Digga, warum bin ich eigentlich so? Weißt du? Warum? Das ist jetzt ein blödes Beispiel, ist auch ein bisschen intim, aber ist mir scheißegal, weil das ist einer der Programme, die bei mir auf jeden Fall sehr krass drin geschrieben war, jeden Tag mir irgendwelche Pornos reinzuziehen. Weißt du? Das war für mich Normalität. Das hat zu meinem Leben dazugehört. Ich habe das nie hinterfragt oder so, weißt du? Aber als ich bewusster geworden bin, habe ich mich selbst mal gefragt, ist das eigentlich normal? Ist das eigentlich natürlich? Sollte das eigentlich so sein? Und dann bin ich auf den Entschluss gekommen, dass es nicht so ist und dann habe ich dagegen gearbeitet und mittlerweile mache ich das nicht mehr. Weißt du so? Ja, na, eh klar, eh klar. Aber siehst du, du hast die Kraft gefunden, da aus dieser Gewohnheit zu entkommen. Nicht jeder findet die Kraft. Und du sagst so, man führt ein Gespräch, man liest ein Buch, klar, und irgendwann kommt man weg davon. Ja, aber man muss sich einfach denken, die Maschinerie da draußen, die Leute beeinflusst, im System zu bleiben, im Laufrad zu bleiben, ist viel größer und stärker. So die Wahrscheinlichkeit, dass du dem System entkommst, ist viel geringer, als dass du drinnen bleibst. Weil, du musst dir das nur so denken, jedes Kind wird mit sechs Jahren in die Schule gesteckt, für was, zehn Jahre und länger und wird dort einfach Hirn gewaschen. Es wird ihm einfach beigebracht, sitz still, hör zu, was wir dir sagen, lerne auswendig, wiederhole. Es ist einfach ein Gehorsamkeitstest. Also es ist einfach eine Abrichtung, wie man Hunde abrichtet. Und im Endeffekt, ja, wenn man das übersteht, ohne geistig kaputt zu gehen, wenn man das übersteht, das ist schon mal ein Wunder. Also das schaffen nur die wenigsten. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber es gibt immer diese Leute, bei denen schafft man es nicht, sie zu brechen. Ich weiß nicht, warum. Meistens so Leute, die vielleicht, so bei mir war es zum Beispiel, weil ich einen Krieg erlebt habe als Kind. Ich bin ein Flüchtling, ein ehemaliger. Und dann hast du so diesen Knick in der Biografie und erlebst so zwei Systeme. Weil ich habe in Jugoslawien gelebt, so im Sozialismus halt. Und dann bin ich hergekommen und habe zwei Systeme gesehen und plötzlich habe ich verstanden, es gibt Systeme. Aber wenn du jemand bist, der dein ganzes Leben in einem System aufwächst, dann siehst du nicht, dass es ein System gibt, sondern du glaubst, das ist die Normalität oder was. Du bist blind quasi. Ja, ja, genau. Und so kommst du nie raus. Und dann denke ich mir jedes Mal, okay, viele Leute haben es gar nicht leicht, weißt du. Weil sie werden tagtäglich beschossen und einfach vollkommen verrückt gemacht. Gebe ich dir recht, hundertprozentig. Und deswegen mache ich aber auch das, was ich mache, weißt du. Ich glaube, deswegen machst du auch, was du machst, um Leute aufzuklären oder Leute anzuregen, weißt du. Denen zu sagen, ey, denkt mal drüber nach, fangt mal an zu hinterfragen. Und so können wir halt unseren Beitrag dazu leisten. Wir werden es nie schaffen, alle Menschen irgendwie dahin zu bringen, mal Sachen zu hinterfragen und mal irgendwie eine andere Sicht auf die Dinge anzunehmen. Aber man kann halt im Endeffekt nur sein Bestes tun, weißt du. Und das versuche ich halt auch. Und das sollte jeder auf seine eigene Art und Weise tun, weißt du. Finde ich. Ja, klar. Die Frage ist nur, wie man das macht halt. Das ist halt, glaube ich, da hat niemand eine so Patentlösung dafür. Aber ich glaube, dass, wenn man es versucht, dass es sehr wichtig ist und das wird viel zu wenig gemacht, ja. Weil ich sehe das ja gerade so zum Beispiel bei diesen Woken, um das mal so zu nennen, ja. In diese Richtung. Die wollen so etwas Gutes. Die wollen ja irgendwie so, ja, sind irgendwie für Minderheitenrechte und hin und her und so weiter und so fort. Aber dann, wenn du sie dir einzeln anschaust, dann benehmen sie sich Menschen gegenüber unglaublich. Also so, wie sie Menschen bedrohen, wie sie Menschen abwerten, wie sie Menschen einfach beschimpfen, wie sie versuchen, Menschen mit Dreck zu bewerfen. Und dann stehst du da und denkst dir einfach, okay, du willst eine bessere Gesellschaft schaffen, aber schau, wie du mit Menschen umgehst. Schau, was für ein Vorbild du bist. Und dann sieht man, dass das so nicht funktionieren kann. Du kannst dich nicht einsetzen für eine bessere Gesellschaft und währenddessen Menschen wie Dreck behandeln. Ich glaube nicht daran. Ich glaube nicht, dass das funktionieren kann. Nee, hundertprozentig. Bin ich genau deiner Meinung. Einhundertprozentig. Und deswegen ist es auch wieder, da komme ich wieder zurück zu dir selber so. Ich zum Beispiel war früher vielleicht auch mal hier und da ein bisschen arroganter oder habe hier und da Dinge getan, die jetzt so im Nachhinein betrachtet, wo ich sage, Bro, da ist nicht cool, ist nicht korrekt, weißt du. Aber als ich angefangen habe, mich halt zu reflektieren und mich selbst mit mir auseinanderzusetzen, da habe ich gemerkt so, weißt du, auch Spiritualität, Religion, ich habe auch die Bibel gelesen, ich habe den Koran hier zu Hause, habe ich angefangen zu lesen und so. Diese Menschlichkeit ist eigentlich auch wieder der Ursprung, weißt du. Und da kommt es auch wieder zurück zu Beziehungen mit dir. Auf der Suche zu dir selbst wirst du Gott finden und auf der Suche nach Gott wirst du dich selbst finden, meiner Meinung nach, so. Und da sind halt Werte drin und Sachen drin, die wichtig sind. Bevor du anfängst, irgendwelche Leute zu belehren oder irgendwie Richter zu spielen oder zu sagen, wer gut oder schlecht ist, so, musst du erstmal selber ein korrekter Mensch sein, so, weißt du. Du musst erstmal selber überhaupt andere Menschen so behandeln, wie du gerne auch selbst behandelt werden möchtest, so. Sonst kommst du an Menschen gar nicht ran. So, wenn er jetzt, so wie jetzt der Dara zum Beispiel, dann anfängt, versucht mich zu frame und versucht mich irgendwie in irgendeine Ecke reinzudrücken und so. Also, das ist nicht die richtige Variante, meiner Meinung nach, um an mich ranzukommen, wenn er wirklich möchte, dass ich anfange, Dinge zu hinterfragen oder vielleicht so zu denken, wie er denkt, so. So wird er keinen Zugang zu mir bekommen, weißt du. So, und ich glaube, das liegt halt an der Menschlichkeit am Ende, weißt du. Das liegt an der Menschlichkeit und daran sollten wir alle arbeiten. Ja, das ist es ja so. Ich habe auch geglaubt, er will dich erreichen, aber wie gesagt, er hat gesagt, er will dich nicht erreichen. Er will dich nur in eine Ecke drücken und ich habe keine Ahnung, was er davon hat. Was bringt ihm das? Was bringt ihm das, eine Person wie dich einfach in rechte Kreise zu drücken und zu sagen, hey, schau, das ist ein rechter. Was hast du davon? So, was hast du gewonnen dadurch? Dass dann Leute sagen, oh mein Gott, das ist ein rechter, ich will mit dem nichts zu tun haben. Oder was ist dein Ziel so? Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe es nicht. Ich konnte so einfach einen Menschen schlecht reden. Ja, da gibt es ja viele, die das machen. Es gibt ja viel Content auf YouTube, auf Twitch und überall, wo Leute sich zum Content gemacht haben, irgendwie andere Leute zu frame oder fertig zu machen. Ich habe das nie richtig verstanden. Ich weiß auch nicht, wie das irgendwie geil sein kann. Ich habe mich mal mit jemandem unterhalten, der auch so einen Exposed-Kanal hat und der hat mir gesagt, bei ihm ist es rein einfach nur Kommentare und Zahlen. Die finden das halt geil, wenn dann Leute kommentieren und wenn die dann Reichweite bekommen und merken, es wird gut geklickt und so, dann ist das schon genug. Dann denken die sich schon, ey, geil, ich habe mein Ziel erreicht, ich habe meine Reichweite bekommen, ich habe meine Likes, ich habe meine Bestätigung in den Kommentaren. Ich glaube, es ist dann am Ende nur Ego-Befriedigung. Ich glaube, jemand wie du zum Beispiel, ich habe das Gefühl, du versuchst auch irgendwie, also ich glaube, es gibt Menschen, die versuchen irgendwie, die Verfolgung in höheren Sinn irgendwie. Weiß ich nicht, ob ich da richtig liege bei dir, keine Ahnung, ob das so ist bei dir oder nicht. Zum Beispiel bei mir, mir geht es nicht nur um Klicks und Reichweite und Ego-Befriedigung. Ich will am Ende des Tages auch versuchen, ein göttlicher Mensch zu sein, was Gutes zu verbreiten, was Gutes dazulassen, wenn ich gehe, dass ich auch einen guten Einfluss auf Menschen hatte und so. Weil ich glaube, dass das ist, was wirklich zählt im Endeffekt. Wie hast du dein Leben gelebt? Was warst du für ein Mensch? Wie hast du dich weiterentwickelt? Wie bist du besser geworden jeden Tag? Hast du da dran gearbeitet? Deswegen, ich verfolge eigentlich ein höheres Ziel als einfach nur Aufmerksamkeit, Klicks und Reichweite und diese ganzen Sachen. Und dann machst du sowas automatisch nicht. Ich weiß, dass es Klicks bringt, auf anderen Leuten rumzuhacken und Beef zu machen, aber ich fühle auf einer höheren Ebene, dass das nicht das Richtige ist, deswegen mache ich das nicht. Weißt du? Und ich glaube, das haben halt viele Leute nicht mehr, dass die sich fragen, ist das auch korrekt? Also die gucken, okay, das kommt gut an, es gibt Klicks, es gibt Reichweite. Okay, dann muss das gut sein. Ja, du hast vollkommen recht. Mir geht es auch um was Höheres. Also mir geht es um einige Sachen. Erstens geht es mir um was Höheres, weil ich wirklich ehrlich versuchen wollte, mit meinem Kanal zu schauen, kann man Menschen erreichen. Kann man Menschen irgendwie aufwecken, sage ich mal. Und ihnen gibt es eine Hoffnung, dass man Menschen aufweckt und ihnen sagt, hey, schau mal, man ist ein bisschen ein Sklave in dieser Welt und versucht ein bisschen aufzuwachen und dir das nicht gefallen zu lassen. Weiters ist das ein Kunstprojekt hier, weil ich bin eigentlich Filmemacher. Ach, klar. Ich bin Filmregisseur und ich mache diesen Kanal hier als Teil eines Filmprojekts. Ja, das ist die zweite Ebene und ich schreibe auch ein Buch darüber, das ist eine zweite Ebene und dann so zu diesem Thema auf anderen herumhacken. Ich muss sagen, ich bin jemand, der, ich glaube daran, dass Liebe der einzige Weg ist. Ja, also auch den Feind lieben. So, ich sage auch immer, Liebe deinen Feind, ja. Aber ich glaube, ich verliere das immer wieder. Also es gibt immer wieder diese Momente, wo ich wütend werde, wo ich verzweifelt werde, wo ich, keine Ahnung, so meine Mitte verliere, sagen wir mal. Das ist mir letztens passiert, so die letzten Monate. Und dann werde ich aggressiv und dann werde ich ungut zu Leuten und dann greife ich Leute an und dann bin ich so von oben herab und dann bin ich, Dings. Jetzt habe ich gerade wieder seit einer Woche oder so wieder zurückgefunden, sage ich mal, in die Normalität, habe mich wieder gerafft, ja, weil ich gegen einen Freund gegangen bin, schon in diesem falschen Weg, den ich gegangen bin. und habe mir dann gedacht, okay, das stimmt irgendwas nicht, Mann. Ich bin komplett falsch abgebogen, komplett Wahnsinn. Habe mich dann bei dem entschuldigt, auch öffentlich, und habe dann gesagt, okay, das mache ich nicht mehr. Keine Ahnung was. Ich war einfach so enttäuscht, ich war so verletzt, weil ich gesehen habe, die Menschen wollen Sklaven sein. Die Menschen wollen anderen schaden, sie wollen andere runterziehen, sie wollen irgendwie sich nicht helfen, sondern sie möchten sich nur bekriegen und möchten irgendwie, und das hat mich so verletzt, weißt du? Dass ich dann irgendwie, ja, ungut geworden bin gegenüber auch Leuten, die mir nahe stehen und mich selbst verloren habe und, ja, das kann passieren. Respekt für deine Reflexion auch, dass du das so ehrlich sagst, Digga, Respekt dafür auf jeden Fall, hundertprozentig. Das finde ich gut, dass du dir eingestehst und dann wieder zurückgekommen bist am Ende des Tages und da merkst du auch wieder, dass du auch verbunden bist mit irgendwas Höherem. Es geht nicht nur um Reichweite und Klicks und irgendwie seinem Ego zu folgen und so, nee, es geht um Liebe am Ende des Tages, genau so, wie du es gesagt hast. Und das zu hören, dass es jemanden gibt, der auch so denkt, es tut mir gut gerade, feiere ich auf jeden Fall. Finde ich eine gute Sache so, weißt du? Und das haben wir alle. Wir sind ja Menschen, weißt du? Wir sind ja nicht perfekt. Wir sind ja Menschen, wir haben Fehler, wir machen Fehler. Und am Ende des Tages zählt eigentlich nur, dass du zurückkommst in die Liebe wieder, weißt du, dass dir das auffällt, dass du dich reflektierst und dass du wieder zurückkommst, so. Wir haben das alle, ich hab das auch. Dann bist du mal zu viel wieder im Ego gefangen. Dann auf einmal guckst du doch wieder zu viel auf, wie viele Zuschauer habe ich, wie viele Klicks mache ich gerade, wer feiert mich gerade oder wer nicht. Und dann merkst du das wieder, wie das dein Ego wieder zu krass, einfach nur auf diese Sachen, die eigentlich nichts wert sind, die nichts zählen, wenn du morgen sterben würdest. Und dann realisierst du das wieder und dann kommst du wieder zurück, so, weißt du? Und das ist das, was zählt, glaube ich. Die Stärke und die Kraft, sich zu reflektieren, sich das einzugestehen und zu sagen, ich komm wieder zurück in die Liebe und ich sag, ey, wenn ich Leuten irgendwie verletzt hab oder Leute wehgetan hab, dann entschuldige ich mich auch und so. Das ist die wahre Stärke, so. Das ist das, was zählt, finde ich. Absolut, ja, weil Fehler kann jeder machen. Das passiert so schnell, man merkt's nicht, ja. Man fühlt sich, es kann sogar, das Schlimmste ist irgendwie, wenn man seinem Ego voll fühlt, fühlt man sich gut. Man hat so das Gefühl irgendwie, alles läuft super, ich bin so geil, ich starte voll durch, ich hab voll den Durchblick, ich seh alles. Aber in Wirklichkeit täuscht man sich selbst und, ja, Mann, ist irgendwo. Das ist, ich sag ja, die bösen Mächte, sag ich jetzt einfach mal, oder manche nennen es Teufel, manche nennen es Schäte, manche sagen das, manche sagen dies, aber das lockt dich ja mit einem guten Gefühl, in Anführungszeichen. Das tut dir ja erstmal, fühlt sich das richtig geil an, so. Irgendwie saufen gehen oder irgendwelche exzessiven Erlebnisse zu haben und mal irgendwie Drogen zu nehmen, fühlt sich ja im ersten Moment erstmal geil an, so, weißt du. Aber das ist diese Verlockung, das lockt dich mit diesen Sachen. Langfristig wirst du merken, und ich hab diese Phasen auch schon gehabt, wie es dir eigentlich nur schadet und wie es dich trennt von dem Guten, von dem Göttlichen, so. Und deswegen ist es halt, in vielen Geschichten in der Bibel und so steht es ja drin, wie der Teufel dich lockt. Und der lockt dich ja nicht mit, ey, hier ist dunkel und hier ist düster und hier ist nur negativ, komm mal hier hin. Ne, ne, der macht dir das ja schmackhaft auf eine gewisse Art und Weise, so, weißt du. Der zeigt dir ja das so, oh, guck mal, wie geil das ist und so. Beiß mal rein in den Apfel, mäßig, weißt du, als Metapher so. Ja, wobei die Frage ist, ob man nicht selber sein eigener Teufel ist. Ja, ja, also ich glaube, dass das in dir, ich glaube, das passiert in dir, so. Ich glaube, dass wir alle, dass wir alle, einer hat das mal gut beschrieben, wir haben einen weißen Wolf und einen dunklen Wolf in uns und es kommt darauf an, welchen du mehr fütterst. Und umso mehr du ihn fütterst, umso größer wird der. Und wenn du den dunklen Wolf mehr fütterst, dann wird der größer in dir und wird dich irgendwann übernehmen. Wenn du den guten Wolf mehr fütterst, dann wird der größer und wird dich irgendwann übernehmen, so. Ich glaube sowieso, dass vieles intern ist. Ich glaube, dass Gott in jedem von uns lebt, weißt du. Und auch das Dunkle in jedem von uns lebt. Und wir haben ja den freien Willen, in Anführungszeichen, zu entscheiden, welchen Weg wir gehen, so, weißt du. Ja, ja, und das ist irgendwie genau das. Aber die Frage ist nur, ich glaube, das Schlimme daran ist, dass man nicht weiß, welcher Wolf welcher Wolf ist, weißt du. Weil niemand will ja den bösen Wolf füttern, aber du fütterst dann einen Wolf, du glaubst, das ist der Gute, aber das stellt sich dann heraus, dass du den Falschen gefüttert hast. Weißt du, so, und dann geht man in eine gewisse Richtung. Und es, man muss immer vorsichtig sein. Safe. Es gibt keine Entspannung, so. Es ist ein ewiger Kampf mit sich selbst. Disziplin. Ja, 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 du musst diszipliniert sein. Du musst, ja, du hast hundertprozentig recht. Und es kann auch vorkommen, dass du den falschen Wolf fütterst. Aber dann ist es auch wieder wichtig, das zu realisieren. Und da zählt wieder Bewusstsein, weißt du. Ich glaube, als Mensch, wenn du immer bewusster wirst, wenn du die Programme, die in dich reingeschrieben wurden, die du selbst nicht kontrolliert hast, auflöst und einfach ein bewussterer Mensch wirst, kannst du immer mehr auch fühlen. Ich glaube an sowas wie ein Bauchgefühl. So ein göttliches Bauchgefühl, wie so ein Kompass in dir ist. Wir haben so einen Kompass in uns, was uns immer sagt, was richtig und falsch. Bro, wir wissen, wir fühlen eigentlich, was uns gut tut und was uns eher schlecht tut. Wir merken das schon, wenn wir Dinge tun, wo wir eigentlich wissen, ey, das ist eigentlich nicht gut, aber scheiß drauf, ich mach's trotzdem so. Das kann man schon merken. Und ich glaube, umso bewusster man wird, umso mehr kann man merken, ey, was tut mir gut, was tut mir eher schlecht, was zieht mich runter, was bringt mich auf eine höhere Frequenz. Kann man schon so, weißt du, mit seiner Bewusstseinssteigerung schon so merken. Wir wissen doch alle, dass zum Beispiel manche Sachen einfach böse sind. Weißt du, wir wissen alle, dass wir keinen anderen Menschen einfach umbringen sollten oder jemanden was klauen sollten. Diese zehn Gebote, in Anführungszeichen, die sind schon göttlich in uns reingepflanzt, glaube ich so. Die werden rausprogrammiert durch ein paar Sachen, durch auch Musik und Industrie teilweise und so, aber ich glaube schon, dass die in uns installiert sind so ein bisschen. Glaube ich auch. Ich glaube auch, dass der Mensch von Anfang an eigentlich gut und gerecht ist und dass er dann verraben wird durch verschiedene Interessen von seiner Umgebung. Aber ich glaube auch, was du sagst, dass Intuition viel, viel wichtiger ist als Wissen. Das hat ja auch Albert Einstein gesagt. Intuition ist wichtiger als Wissen. Und ich glaube, du machst auch Musik, gell? Ja, ja. Du bist auch Musiker. Ja, ich bin auch Musiker seit Jahrzehnten. Und der Punkt ist, du kannst keine Musik ohne Intuition machen. Also alle Kunst kannst du nicht machen ohne Intuition. Du kannst das nicht, du brauchst dieses Gefühl. Ja, Wissen bringt nicht so viel. Und ich denke, gerade so merke ich das in dieser Ecke, so wie zum Beispiel Dara. Ja, aus dieser Ecke kommen sehr viele, Dara ist Pädagoge. Und aus dieser Ecke kommen sehr viele Lehrer. So viele von diesen Faktencheckern und so sind irgendwelche Lehrer und so. Verängstigend. Und dann merkst du so richtig, wie sie sich auf dieses Wissen versteifen, auf dieses Kognitive und wie sie so das Bauchgefühl vollkommen abgedreht haben. Wie sie überhaupt keinen Zugang haben zu ihrer, naja, ich will nicht sagen Menschlichkeit, aber zu ihrer, ja, vielleicht ist es Menschlichkeit, vielleicht ist es einfach Gottverbundenheit, vielleicht ist es, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, aber so dieses innere Gefühl, dieser innere Funke, zu dem haben sie keine Verbindung. Und dann denken sie aber, sie sind klug. Es gibt aber keine Intelligenz. Es gibt keine Intelligenz, ohne dass du diese Connection hast. Meiner Meinung nach, so finde ich. Würde ich dir hundertprozentig zustimmen. Das Krasse ist, die machen sich ja sogar lustig darüber. Wenn jemand so wie ich, das sehe ich auch in seinen Kommentaren sogar, die schreiben das in die Kommentare rein und lachen dich aus, dass du sagst, dass du irgendwas gefühlt hast. Daran merkst du, wie disconnected die sind von ihrem eigenen Gefühl. So, die haben gar keinen Zugang mehr zu dem, was sie eigentlich fühlen und verlächerlichen das sogar und sagen, ja, was du fühlst, ist ja scheißegal. Wo sind deine Fakten? Welcher Wissenschaftler hat das irgendwie mal bewiesen oder in welchem Buch steht das drin und so? Und das finde ich auch so gestört irgendwie, weil ich glaube wirklich, was ich vorher gesagt habe, dass wir ein göttliches Bauchgefühl haben, dass wir eine Intuition haben und ich glaube wirklich, wenn du richtig bewusst bist, dann kannst du blind darauf vertrauen auch. So. Das wird dir immer den richtigen Weg zeigen. Das wird dir zeigen, wo du hingehen sollst, was richtig ist, was falsch ist. Wer dich anlügt und so. Ich zum Beispiel habe noch nie irgendwie, ich habe noch nie einen Menschen falsch bewertet. Ich wurde noch nie enttäuscht von Menschen. Ich habe noch nie einen Menschen hundertprozentig vertraut und derjenige hat mich dann enttäuscht mit seiner Art und Weise. Ich habe das Gefühl, ich habe einen sehr guten Zugang zu meinem Gefühl und wie ich Menschen beurteilen kann. Und ich sehe das Menschen an, zu was die fähig sein könnten oder was nicht. Oder ob die eine ehrliche Intention mit mir haben oder ob die mich nur ausnutzen wollen oder mich irgendwie benutzen wollen für irgendwas oder so. Das kannst du fühlen, wenn du denen in die Augen guckst, wenn du die spürst, wenn du die fühlst. Da passiert so viel außerhalb von dem, was wir sehen und anfassen können. Aber Leute ziehen das halt ins Lächerliche und sagen, nein, das Einzige, was es gibt, ist die materielle Welt und alles andere ist Humbug und was für Gefühl und was für fühlen und so. Ich glaube halt, dass du auf einer anderen Ebene ganz viele Sachen spüren kannst eigentlich. Und ich finde, dass Menschen wieder mehr anfangen sollten, da hinzukommen und darauf zu hören auch so. Das ist nicht umsonst da. Ja, ja, voll. Wir haben uns echt in einer Gesellschaft entwickelt, wo es permanent heißt, ja, Wissenschaftler, Zahlen, Daten, Fakten, alles wird gemessen. Was leistest du? Wie schnell bist du? Wie viel verdienst du? Wie viel Dings? Aber das sind alles eigentlich irrelevante Zahlen im Endeffekt. So wie viele Klicks, wie viele Likes, wen interessiert das? Was hast du gesagt, ist die Frage. Hast du irgendwem was Gutes gegeben? Hast du dir selbst was Gutes getan? Hast du irgendetwas für die Welt getan? Das sind die Fragen. Weil, keine Ahnung, es gibt, am einfachsten ist, zieh dich nackt aus und dann hast du 10 Millionen Likes. Aber was hast du geleistet? Was hast du für die Welt getan? Im Endeffekt. Hast du deine Titten gezeigt und deinen Arsch? Super, jetzt sind wir alle reicher. Was täten wir ohne dich? Weißt du? Aber das ist halt die Frage. Ich seh schon die Onlyfans-Mittels in deinen Kommentaren jetzt, Digga. Ja, aber das ist ja irgendwie so. Ich stimme dir hundertprozentig zu. Ich stimme dir hundertprozentig zu. Also, ich merke das irgendwie seit diesem Onlyfans und dieser ganzen Nummer. Frauen, ich verstehe, dass sie nicht wirklich eine Wahl haben in diesem System jetzt, so Geld zu machen und so. Weil, wer will schon, keine Ahnung, putzen oder irgendeinen Scheiß. Aber dann geht man einfach los, zieht sich aus, verdient Geld damit und so. Die haben schon die Wahl, Bro. Da muss man, da will ich kurz reinwerfen. Die haben schon die Wahl, Bro. Die können schon entscheiden. Naja, sicher können sie entscheiden. Aber im Endeffekt musst du dir denken, wenn die sich ausziehen, dann kriegen sie irgendwie, keine Ahnung, 20.000 Euro im Jahr. Ja, ich weiß. Und wenn sie putzen gehen, kriegen sie halt 800 Euro oder nicht einmal. Und die Frage ist, warum nicht? Und dann ist man verleitet, dazu das zu tun. Und dann macht man das. Und das aber verkauft man dann, und das ist ja kein Problem, kann man ja machen, aber das Problem fängt dort an, wo man das anfängt, als Emanzipation zu verkaufen. Ja. Und wenn man dann anfängt, so, ah, schau, schau, wie frei ich bin. Ja. Das ist ein Symbol meiner Freiheit. Ich weiß nicht, sehe ich nicht so. Ist so. Vor allen Dingen, du musst auch überlegen, was du dafür aufgibst. Weißt du, wie ich meine? Ja, du hast jetzt, die denken, kurzfristig hast du vielleicht mehr Geld und geil und alles nice und so, aber wie schadest du dir damit langfristig so? Darüber denken die Leute halt auch nicht mehr richtig nach. Weißt du, und da kommen wir auch wieder zu Selbstwert, Verbindung mit sich selbst, Liebe und diese ganzen Sachen so. Du machst das nicht, wenn du eine gewisse Verbindung mit dir selbst aufgebaut hast, hast, wenn du Moral hast, Ethik hast, an Gott glaubst, eine vernünftige Familie hast, ein stabiles Fundament, auf dem du aufbaust. Weißt du, und deswegen, ich finde es auch sehr, sehr, sehr traurig und kritisch, wie das so krass genutzt wird. Ich will das aber jetzt gar nicht so, weil ich glaube, guck mal, ja, das sind überwiegend Mädels, die das machen und das ist auch sehr, sehr traurig und ich bin echt, also, die Mädels tun mir auch leid, so. Aber ich glaube, wenn es für uns Männer so easy wäre, dann würden wir es auch machen teilweise. Weißt du, was ich meine? Für Frauen ist es halt auch viel einfacher, einfach die Sexualität zu benutzen, um damit Geld zu verdienen, so, weißt du? Aber es ist halt traurig, dass das so geworden ist, weißt du? Und da kommen wir wieder zum Ethik, Moral und so, Glauben an was Höheres. Das fehlt in unserer Gesellschaft und dadurch wird unsere Gesellschaft immer kranker gefühlt, weil wir keine Basis mehr haben, auf die wir uns einigen, so. Weil wir nichts mehr haben, wo wir sagen, ja, das gibt uns Ethik, das gibt uns Moral, das gibt uns, das gibt uns einfach eine vernünftige Sache, eine Basis, an der wir uns festhalten können, damit wir nicht psychopathisch abdriften, so. Weißt du? Ja, aber diese Basis gibt es nicht. Einer schreibt gerade und du bist nackt, Junge. Ich bin oberkörperfrei hier im Stimmen, ja. Ich bin nicht nackt, ich bin oberkörperfrei, weil es draußen verfickte 34 Grad sind und Luftfeuchtigkeit auf 90 Prozent. Ich küsse deine Zirbeldrüse, das kannst du nicht vergleichen. Ich verdiene damit kein Geld, nackt zu sein. Du hast gerade gesagt, es gibt keine Basis. Wie meinst du? Naja, du weißt nicht, du weißt nicht, wie viele Leute dir eigentlich selbst spenden, weil du nackt da sitzt. Das kannst du ja nicht wissen, ne? Jetzt hast du mich... Vielleicht, hast du schon mal probiert, dir ein T-Shirt anziehen und zu schauen und bewegen, was ausbekommen ist oder mehr? Ja, ja, normal, normal, Digi. Ich habe erst mein T-Shirt ausgezogen hier in Mexiko, Digga. Ich habe in Deutschland schon ein Jahr oder zwei gestreamt, immer mit T-Shirt. Manche denken auch, ich mache das extra oder so. Es liegt wirklich nur am Wetter. Nichts anderes. Und ich habe gerade zwei Klimaanlagen an, Fenster zu, alles auf kühl und ich schwitze trotzdem. Also ihr wollt nicht wissen, wie nass der Stuhl hier gerade hinter mir ist. Es ist einfach, die Luftfeuchtigkeit und so gerade als Deutscher ist es halt brutal heiß. Ja, nein, ich wollte sagen, wegen der Basis. Die Menschen haben meistens keine Basis heutzutage. Die meisten Menschen haben keine Identität, haben keine Wurzeln, haben keine Familie. Es gibt sehr viele Scheidungsfälle, es gibt sehr viele Eltern, die sehr viel arbeiten und keine Zeit für die Kinder haben. Es gibt keine richtige Identität. Es gibt, die ganze Identität kommt vom Konsum und der Konsum ist aber halt wandelbar und hat keine Substanz. Ja. Ja, also. Und kein Gott mehr, kein Glauben mehr, wird immer weniger, immer mehr Leute werden Atheist, glauben nicht an irgendwas Höheres. Nicht mal jetzt unabhängig von Religion, so wenn du jetzt nicht religiös sein möchtest oder den Weltreligionen nicht zugehörig machen willst. Ich meine auch so, du kannst trotzdem an was Höheres glauben. Weißt du, du kannst trotzdem an was glauben, was über dir steht und nicht nur auf dir basiert und dein Ego ist, sondern irgendwas, was oben drüber ist und das geht, glaube ich, extrem flöten gerade in der Gesellschaft. Ja, obwohl, das kommt wieder zurück, aber ich glaube, auf eine falsche Art. Jetzt kommt das wieder so zurück, dass Leute irgendwie wieder gläubig werden, aber auf so eine komisch-dogmatische Art, die gar nicht spirituell ist, sondern die so, ich weiß nicht, so unterwürfig ist, so weißt du, was ich meine, die überhaupt keine Connection mehr zu Gott hat, sondern mehr so Connection zur Kirche oder so oder zu irgendeiner radikalisierten Version von irgendwas. Weißt du, was ich meine? 100 pro. Und das finde ich noch schlimmer actually, fast schon. Also das ist noch seltsamer irgendwie. Ja, ja. Das ist sehr gefährlich. Würde ich dir hundertprozentig recht geben. Hundertprozentig. Aber ja, ey, am Ende des Tages, viele haben ja auch diesen Walkismus und so, nehmen das als neue Religion an, gefühlt. Weißt du, wie ich meine? Die nehmen das als neue Religion und sagen, die stützen alle ihre Werte auf die Kirche. Dem Shit so gefühlt. Und das ist auch, glaube ich, weil halt irgendeine Basis fehlt so. Und da fangen wir wieder bei, also da kommen wir wieder zum Punkt, wo ich sage, das ist der Ursprung von allem. Und zwar du selber so. Ich glaube, du hast das alles in dir. Du brauchst nichts. Du brauchst keine Kirche. Du brauchst kein Buch. Du brauchst keinen anderen Menschen. Du brauchst am Ende des Tages nur dich selber und am besten in Verbindung mit der Natur. Und dann wirst du alles finden, was du brauchst in deinem Leben. Da gibt es nichts mehr, was du noch dazu brauchst, um Gott zu finden oder die Connection mit dem Höheren. Du brauchst nichts dafür. weißt du? Und das ist auch wichtig, dass die Leute das verstehen. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, dass man sogar geboren ist mit dieser Verbindung und dass die einem, wie gesagt, so verstellt wird, dass sie gestört wird. So durch Erziehung, durch falsches Leben, durch Gifte, durch alles Mögliche. es ist wirklich, wir werden wirklich systematisch entfernt von dem, was Sinn macht. Ja. Hin zu einem kompletten Unsinn und einer Selbstaufgabe und Entfremdung. Ist so, ist so. Gebe ich dir 100% schlecht. Und dann gehst du da raus und dann siehst du lauter Drogensüchtige, unglückliche, Psychopathen, Falsschlachende. Ja, das ist Wahnsinn. Und das Schlimmste ist, man kann ihnen nicht helfen. Weil es ist so viel, die haben so viel Dreck aufgestapelt in ihrem Leben, in ihrer Seele. Das kannst du nicht mehr frei bekommen. So wie du gesagt hast, sie können das nur selber, aber die meisten kommen nicht mal drauf. Also sie haben nicht mal diese Idee, so okay, komm, ich verändere mal was, ich gehe mal in eine andere Richtung oder so. Aber es ist auch nicht leicht, glaube ich. Ist auch nicht. Ist es auch nicht. Ich glaube, das Beste, was du halt einfach machen kannst, ist ein Beispiel zu sein, weißt du, ein Vorbild zu sein. Und da ist es wieder, wenn du dich selbst veränderst und wenn du selbst einfach versuchst, die Dinge, die du gerne in der Welt sehen möchtest, in dir selbst umzusetzen. Das ist das Beste, was du machen kannst. Und dann einfach darauf zu hoffen, dass andere Leute sich davon inspirieren lassen und eventuell das auch tun. Reden bringt eigentlich auch nichts, davon zu viel zu reden. Das, was du am, die größte Macht ist einfach, das vorzuleben. Damit kannst du am meisten Menschen verändern, glaube ich. Nicht die ganze Zeit sitzen und nur reden, 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 aber selbst nichts verändern und selbst nichts an dir selbst verändern und das selbst gar nicht leben, sondern einfach nur zu reden, bringt viel weniger, als wenn du selber dich wirklich veränderst und dann als gutes Vorbild vorausgehst und dann einfach darauf hoffst, dass andere sich davon inspirieren lassen. Und ich glaube halt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich glaube, kein Mensch ist verloren. Ich würde niemals einen Menschen aufgeben und sagen, nee, die sind so weit da drin. So ein Dara zum Beispiel, den muss man jetzt aufgeben. Der wird niemals irgendwie sein Handeln oder sein Denken oder seine Redensart und Weise überdenken. Glaube ich nicht, Bro. Manchmal reicht nur ein Moment, eine Situation, ein Kommentar, ein Satz, eine Sache, die passiert und auf einmal fängst du an, dich zu reflektieren und zu sagen, ey, krass. Das hat mich gerade zum Nachdenken gebracht. Weißt du, deswegen, ich glaube, Hoffnung stirbt zuletzt. Man darf nie Menschen, wir sollten uns nie gegenseitig aufgeben. Ja, stimme ich zu. Ich habe mich selber schon so oft verändert, dass ich glaube, jeder kann sich ändern. Die Frage ist halt, wie und wann und wozu und keine Ahnung. Nicht jeder will sich ändern und das ist auch okay. Safe. Was soll ich machen? Wenn man sich jemanden nicht ändern will, dann will er halt nicht und dieses Recht muss er haben. Aber keine Ahnung. Ich glaube, das Problem ist, dass unsere Gesellschaft auf eine Katastrophe zusteuert und die wird auf verschiedene Arten passieren. Sei es jetzt, dass Leute sich radikalisieren auf allen Seiten und dann gibt es Kriege und was auch immer oder künstliche Intelligenz, dass man irgendwann einmal Roboter hat und uns nicht mehr braucht als Arbeiter, sondern die künstliche Intelligenz uns überstellt und dann wozu braucht man uns noch, weißt du? Und so weiter und so fort. Das heißt, warum sollten die Herrschenden uns noch da lassen und so weiter? Aber das sind alles diese Gefahren, die ein bisschen Angst machen in der Zukunft und ich denke, wie lange geht das noch gut, dass wir uns Zeit lassen damit? aber dann andererseits geht es nicht anders, als sich Zeit zu lassen, weil wenn du dich beeilst, schaffst du es nicht. So, weißt du? Sich selbst finden oder beziehungsweise diese Mitte finden, das braucht eben Zeit. Wenn du dich beeilst, dann verfehlst du es. Das ist immer das Problem. Es ist so und ich bin mittlerweile so, dass ich, ich habe keine Angst mehr. Ich glaube, die ultimative Angst, die alle Ängste auslöst, ist die Angst vorm Tod und wenn du da dich einmal mit auseinandergesetzt hast und da vielleicht nicht mehr so dran festhältst, dann überwindest du auch viele andere Ängste und ich habe keine Angst davor, in welche Richtung die Welt geht, um ehrlich zu sein. Ich versuche einfach... Echt, du hast keine Angst vor dem Tod, oder was? Nee, eigentlich nicht, um ehrlich zu sein. Nicht wirklich. Wie hast du das geschafft? Für mich ist es halt auch nach dem Tod nicht vorbei, weißt du? Also, ich, ich, ich... Okay. Ich glaube, dass dieser physische Körper auch nur ein Vehikel ist quasi, weißt du? Ich glaube, dass wir sowas wie eine Seele haben. Ich glaube, dass die Seele auch nicht sterben kann. Und deswegen ist es halt, umso weniger du dich mit der physischen Hülle identifizierst und umso mehr du ins Vertrauen reinkommst mit dem, was höher ist als die physische Welt, umso mehr kannst du auch diese Ängste vorm Tod oder vor anderen Sachen überwinden. So, natürlich habe ich auch manchmal noch Ängste. Aber ich, ich, ich bete halt fünf, sechs Mal am Tag. Ich meditiere, ich mache Yoga und so. Ich versuche mich halt täglich mit Ritualen immer wieder auf das Höhere zu konzentrieren. Und umso mehr du das machst, umso mehr kannst du von diesen weltlichen Sachen halt loslassen. Und deswegen habe ich auch keine Angst mehr, in welche Richtung die Welt sich entwickelt, weil ich das Gefühl habe und glaube, dass alles auch aus einem Grund passiert, weißt du? Ich glaube, dass die Welt genau in diese Richtung gehen muss, damit gewisse Sachen passieren, damit Menschen vielleicht aufwachen. Es muss schlimmer werden, damit Menschen zurückfinden zu Gott, zurück zu sich selber. Das ist alles, das ist alles Teil des Plans, meiner Meinung nach. Und deswegen mache ich mir darüber nicht so viele Gedanken und Sorgen, sondern ich lasse es einfach passieren. Bruce Lee hat immer gesagt, be water, my friends. Weißt du? Einfach wie was? Fließen lassen, Digi. Wenn du anfängst, fließen zu lassen, dann wirst du merken, du musst dir gar nicht deinen Kopf ficken und Ängste haben und dann traurig sein, depressiv sein und diese ganzen Sachen. Das ist alles, das ist alles eine Illusion von deinem Kopf eigentlich, weißt du? Das passiert alles aus einem Grund. Nimm die Sachen, lern daraus, versuch jeden Tag besser zu werden, gib dein Bestes, komm zurück zu Gott ein, zwei Mal am Tag und alles wird gut werden, weißt du? Das hört sich jetzt für viele so esoterisch und gelaber und so dies, das, bla, aber ich habe das an meinem eigenen Leib gespürt und auch bei anderen Menschen gesehen, so lässt sich das Leben einfach viel besser leben, viel einfacher leben und mit viel weniger Druck und diese Last auf den Schultern geht dann weg, so. Weißt du? Ja, das ist ein guter Punkt, den du da machst. Das ist genau das, was mir gerade im Leben fehlt. Durch diese Entwicklung der letzten Monate, was ich dir erzählt habe, geht es mir auch in letzter Zeit psychisch schlecht und ich fühle mich richtig kaputt und habe auch sehr viel Angst und bin sehr unter Druck und bin, keine Ahnung, so wirklich extrem gestresst, habe Panikattacken und solche Sachen. Ach, krass. Und ich suche auch gerade einen Weg, wie ich da rauskomme. Bist du viel in der Natur? Nein, gar nicht. Damit solltest du anfangen, meiner Meinung nach, so. Damit solltest du anfangen, meiner Meinung nach, so. Aber warum? Was ist mit dieser Natur? Da kommen wir her. Was meinst du in der Natur? Aber was meinst du in der Natur? Was soll ich machen? Soll ich auf einen Baum klettern oder einfach spazieren gehen? Einfach mal im Wald spazieren gehen, auf entspannt. Einmal am Tag, 20 Minuten, halbe Stunde, so. Einfach im Wald. Hast du einen Wald in deiner Nähe oder irgendwas Natürliches, so irgendwie naturtechnisch irgendwas am Start oder am Bach oder was auch immer? Ja, nicht in der Nähe, aber ja, man kommt hin, wenn man will, sagen wir es so. So, einfach mal spazieren gehen draußen. Mal tief durchatmen, Vögel zwitschern hören. Verbind dich mal mit dem, das ist Gott, meiner Meinung nach. Weißt du, das ist das, wo wir herkommen. Das ist der Ursprung. Natur ist für uns Menschen so wichtig. Wir leben in Trennung mittlerweile in unseren Streaming-Zimmern, jeden Tag Schuhe an. Wir spüren die Erde nicht mehr. Wir haben keinen Kontakt mehr mit den Bäumen, mit den Tieren. Wir sind nur noch vor Bildschirmen und so und das trennt uns. Das trennt uns. Weißt du, wie ich meine? Ja. Deswegen in die Natur gehen ist so powerful, Bro. Es ist so powerful. Und jetzt, da werden wahrscheinlich die Leute in deinem Chat mich jetzt extrem für auslachen. Als ich die heftigsten Depressionen hatte und Selbstmordgedanken hatte, bin ich jeden Tag rausgegangen in den Wald und dann habe ich einen Baum umarmt für 20 Minuten oder so. Weißt du? Und habe tief durchgeatmet. Weißt du, wie viel mir das geholfen hat, diese Selbstmordgedanken und diese ganze Scheiße loszuwerden? Das ist extrem. Weil die Natur gibt dir die ganze Zeit, die ist die ganze Zeit da und die Natur gibt uns die ganze Zeit bedingungslose Liebe. Jeder Baum, jede Pflanze, die Sonne, das Meer, das gibt dir die ganze Zeit, aber wir nehmen das gar nicht mehr richtig wahr so. Weißt du? Und da mal wieder hin zurückzukommen, Bro, das kann dir so viel Power geben. Ich gehe hier jeden Tag ins Meer zum Beispiel. So. Und ich merke, im Meer kann ich alles loslassen, Bro. Ich spüre nichts mehr. Ich fühle keine Probleme mehr. Ich fühle keine Depressionen. Ich fühle keine Overthinking und diese ganze Scheiße. Ich fühle das alles nicht mehr. Weißt du? Das geht einfach weg. So. Und deswegen ist Natur so das allererste, was ich den Leuten ans Herz legen kann, wenn die gerade Depressionen haben oder psychische Struggles. So Sport, Natur und dann halt Beten, Meditation, irgendwie Connection, Augen zu Verbindung mit dem Höheren aufbauen. Weißt du? Mhm. Ja. Okay. Das ist ein guter Tipp. Dann gehe ich morgen in den Wald. Geil. Ich habe meiner Frau ehe versprochen, mit dir in den Wald zu gehen. Geil. Mach das zum Ritual, Bro. Guck, was das mit dir macht so. Viele Leute, ich sehe gerade bei dir im Chat, schreibt einer, das bringt nichts gegen Depressionen, in die Natur zu gehen, Bau in Bäume umarmen und diese ganzen Sachen. Aber was hast du denn dadurch verloren, das auszuprobieren? Du kannst doch zum Psychiater gehen, wenn du möchtest, und zur Therapie gehen und das alles machen und so und dann trotzdem mal in den Wald gehen und mal einen Baum umarmen. Was hast du davon verloren? Warum musst du das jetzt so abtun und sagen, nee, das ist Schwachsinn, das ist Blödsinn, ich nehme lieber Psychopharmaka. Weißt du? Der größte Grund, warum Leute in Therapie gehen und psychische Probleme haben, meiner Meinung nach, ist, weil sie unzufrieden mit sich und ihrem Leben sind und eine Verbindung mit sich aufbauen müssen und ihr Leben in die Richtung verändern müssen, wo sie glücklich sind. So. So. Und da sollten wir dann auch anfangen. Weißt du? Finde ich. Mhm. Viele Leute gehen viel zu schnell und nehmen irgendwelche Tabletten und so. Bro, ich habe Selbstmordgedanken gehabt. Ich war da gewesen. Wem willst du was erzählen? Weißt du? Ich habe alles verloren. Wegen einem Video habe ich alles verloren. Meine ganze Karriere. Alles verloren. Und so. Und ich habe es geschafft, da wieder rauszukommen. Was ist passiert? Was für ein Video? Was hast du gemacht? Corona. Ich habe damals Corona-Statement abgegeben und dann haben die mich halt gecancelt. Meine Sponsoren sind alle abgesprungen. Klamottenmarke verloren. Keiner wollte mit mir mehr Content machen. Okay. Aber was hast du? Du hast dein Dings gehabt. Was? Ein Label und ein YouTube-Kanal oder was? Ja, ja. Ich war zu einem Zeitpunkt eigentlich auch so mit der größte YouTuber in Deutschland. Der meist wachsende Kanal. Ich habe halt damals Straßenumfragen gemacht, die relativ famous waren. Und dann habe ich halt einen Podcast gemacht mit Rappern so. Komm ins Café, weißt du? Okay. Der war ziemlich groß und da habe ich dann halt auch eigene Klamottenmarke, Kooperationen mit McFit und mit den ganzen großen Marken in Deutschland, weißt du? Und dann war ich einer der Ersten in Deutschland, der halt ein Statement abgegeben hat, so direkt am Anfang von der Pandemie, wo noch keiner irgendwas gesagt hat. Und ich gesagt habe, hey, die verarschen euch. Und so. Verarschen euch. Und dann habe ich halt alles verloren, weißt du? Okay, crazy. Ich verstehe. Ja. Crazy. Okay. Ja. Und was sagst du zu den RKI-Files, die jetzt dunkelschwert rausgekommen sind? Hast du schon angeschaut? Ja, ja. Da bin ich gerade dabei, mir die Pressekonferenz da reinzuziehen. Hälfte haben wir schon durch. Deswegen war ich auch vorhin so emotional bis hin und wollte eigentlich auch an den Strand gehen und war so, ich weiß nicht, ob ich noch Talk machen will und so, weil das hat mich emotional schon so. Und ich merke das halt. Ich bin bewusst, ich weiß genau, dass ich einfach nur ins Meer muss und dann ist alles wieder gut. Das hat diese ganze Trauma wieder ein bisschen hochgeholt. Ja. Naja, gut. Ja, dann will ich dich nicht aufhalten. Geh ins Meer, Mann. Alles gut, Mann. Bei uns ist es auch schon zwei in der Nacht. Ich muss auch schlafen. Ja. Ey, aber wenn du irgendwas so, Hand aufs Herz, Bruder, wenn irgendwas ist, so, keine Ahnung, wenn du irgendwie was brauchst, so, was deine Stabilität oder keine Ahnung, wenn du Tipps oder irgendwas, Bro, egal was, sag mir auf jeden Fall Bescheid, Bruder. So. Ich mache auch viel Fitness, Coachings und dies, das, bla. Vielleicht willst du mit Sport anfangen oder was? Keine Ahnung. Sag Bescheid, Bruder. Cool. Danke dir vielmals. Dankeschön. Okay. Du auch. Melde dich jederzeit. Hey, war ein sehr gutes Gespräch. Danke dir. Ich fühle mich wirklich, dieses Gespräch war sehr wichtig für mich gerade. Dankeschön. Geil, Mann. Das habe ich sehr, sehr, sehr gefühlt. Geil, Bruder. Das berührt mein Herz gerade. Ich schwöre es dir. Ich schwöre es dir. Geil. Du hast auch mein Herz berührt. Großartig. Cool, Mann. Danke dir vielmals. Dankeschön. Mach's gut, gell? Danke für das gute Gespräch. Schön. Mach's auch gut. Und liebe Grüße an deinen Chat, an deine Zuschauer. An deine auch, Mann, Alter. Vielen Dank. Mach's gut, du. Bis nächstes Mal. Wir bleiben in Kontakt. Ciao. Servus. Yes, bro. Bis dann. Ciao, ciao. Baba. Korrekt, Freunde. Korrekt, korrekt, korrekt. War wichtig, bro. Wichtig. Das war wichtig jetzt. Das war auch wieder höher als ich oder mein scheiß Beach und so. Das war wichtig, Digga. Der hat das gebraucht, der Cousin. Geil. Guter Mensch. Ich fand's auch geil, wie der sich geöffnet hat und so ehrlich war auch. Weißt du? Mann, solche Menschen brauchst mehr, ne? Guck mal, vergleich mal das Gespräch mit dem letzten Gespräch mit Dara. Und wir haben gar nicht so richtig über Politik und so viel geredet, so, ne? Ich glaub, politisch hat der auch halt, er sagt, er ist links und so, bestimmt auch einige Sachen, die wir unterschiedlich sehen. Aber da merkst du, wenn Menschlichkeit und Liebe, wenn diese Basis Menschlichkeit und Liebe da ist, dann fließt. Danke fürs Einschalten heute wieder. MyFly hat nochmal Subs rausgeknallt. Muchas gracias. Danke für deine Unterstützung, MyFly. Liebe geht raus an dich. Fühlt sich so von herztechnisch, seelentechnisch, letzte Zeit, letzten ein, zwei Wochen wieder richtig gut an, so. Auch bei mir persönlich hab ich das Gefühl, dass ich wieder mehr so richtig auf meiner Aufgabe unterwegs bin. Und das ist das, was am wichtigsten ist, so. Dass ich Gott eigentlich nur ein Server bin für das, was ich machen soll. Es geht gar nicht um mich, es geht ums Höhere, so. Ich hab das Gefühl, Gott hat wieder mehr übernommen. Als ich wieder angefangen habe, mich von negativen Sachen zu entfernen, so. Das ist wieder so krass, das ist wieder so Selbsterkenntnis gerade. Als ich bewusst mich entschieden habe, wieder mehr diszipliniert zu sein, bei den Sachen, wo ich weiß, dass sie mir nicht gut tun, die rauszukatten, umso mehr konnte Gott wieder übernehmen am Ende des Tages, so, weißt du. It's crazy. I love you. Muchas gracias. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Stream. Macht's gut. Bis dahin. Peace out. Bleibt göttlich, Freunde.